So, gucken wir, bist du gesund oder nicht. Hast du Thrombose? Was? Thrombose. Muss man operieren? Was? Operieren. Oh. Kostet viel Geld. Was? Kostet viel Geld. Oh. Hi, Mama. Was? Ich bin's, Mama. Oh, oh, hi, hi. Hi. Wie war's beim Arzt? Was? Du warst doch heute beim Arzt. Oh, war super. Und was hat er gesagt? Was? Was der Arzt gesagt hat. Ah, er sagt ja, ich habe einen Traumbusen. Ein Traum was? Traumbusen. Und den muss man fotografieren und dann bekomme ich viel Geld. zu wärs. Nлушals, du, Guy. Du machst du... Du hast keineysen而en. Du hast du denn basiert mal. Vielen Dank.